Wenn du dich hier hinstellen, dann ist es einfacher. Das ist jetzt ein kurzer Aufruf an die Leute, die hier Maschinenführer sind, die hier vor Ort sind. Mich hatten eben drei Leute angesprochen. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich weiß nicht, wo Baumaschinen sind. Jetzt bin ich hier gerade an der Schule in der Schützenstraße. Und das sind deine Maschinen. Genau. Wir haben jetzt noch zwei Radlader, die besetzt werden können. Wir haben noch einen 8 Tonner, der besetzt werden kann. Und wir haben noch einen 1,5 Tonnen, der besetzt werden kann. Und ich hätte noch zwei Hoflader, da habe ich auch noch keine Fahrer für. Das wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn sich da irgendwer hier meldet. Also sechs Maschinen, die besetzt werden können. Genau. Zwei Bagger, zwei Hoflader, zwei Radlader. Genau. Wer es kann, was für Voraussetzungen verlangst du, dass man deine Maschinen bewegen darf? Ich sage es mal so, solange man das schon mal gemacht hat und die Klamotten heile bleiben und nicht hier halb zerstört wieder ankommen, wäre das schon ein Traum. Sag deine Telefonnummer gerade, dass nicht alles bei mir ankommt. Ja, 0170 36 11 929. Bitte nochmal. 0170 36 11 929. Jetzt nochmal langsam. 0170 36 11 929. Okay. Ich denke, das funktioniert, weil es sind viele Maschinenführer hier. Die Herren los hier rumlaufen und einfach keinen finden. Und ich denke, da müsste auch mal eine Börse oder irgendwas stattfinden. Ja. Die werden dann in erster Linie Müll wahrscheinlich verladen, rausziehen oder sonst was. Müll verladen, die Straßen freimachen. Okay. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Amen. Ja. 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 Ja.